Wir wollten zusammen fahren nach Kosovo. Kosovo, sag mal. Wir wollen in den Kosovo. Genau, mit Auto fahren und wir fahren fast 2000 Kilometer. Spielen wir das nochmal an einem Beispiel durch. Sagen wir... Was ist Ihnen denn mit dem Auto passiert? Sagen wir, Reifen geplatzt und meine 20 Zoll Felge ist kaputt. Freunde, willkommen. Was geht ab, Leute. Ein neues Video, ein neuer Telefon-Brand. Viele haben sich gewünscht, in die Kommentare geschrieben. Freunde, heute rufen wir an bei... ADAC. Beim ADAC, Freunde, wir sagen, wir wollen nach Kosovo fahren. Und gucken mal, was wir so preislich da rausfameln können. Viel Spaß mit dem Video. Guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Afram Lyonkoce. Ich habe mal eine Frage. Ich wollte eine Mitgliedschaft bei Ihnen, äh... Wie sagt man? Abschließen. Abschließen. Weil ich, äh, fahre im Sommer nach Kosovo mit meinem Kopf durch. Und wollte fragen, wie ist das, wenn ich habe eine Panne unterwegs oder, ähm... Ach so, Sie wollten abschließen. Genau. Ja, dann müssten Sie bei uns die Plus-Mitgliedschaft abschließen. Und dann haben Sie ja die Rückführung, Mietwagen und alle anderen Leistungen aus dem Ausland ja mit da drinne. Und wenn ich jetzt fahre, weil ich fahre in Austrii, da fahre ich... Wo fahre ich lang? Äh, Slowakie. Slowakie. Und wenn ich jetzt, äh, Beispiel sage, ich bleibe stehen mit meinem Kopfdisch in Slowakie, äh... Holen Sie mich dann ab mit einem Helikopter oder wie? Das kommt drauf an, was mit Ihrem Auto ist, das wird dann dort geklärt. Ganz, ganz kleiner Moment hier. Mein Bruder, der fährt mitten im Sommer und der kennt sich ein bisschen besser aus mit diesen Autos. Ich wollte dann eine VIP-Mitgliedschaft übernehmen. Eine VIP-Mitgliedschaft haben wir nicht. Äh, wir wollten zusammen fahren nach Kosovo. Kosovo, im Sommer. Sie wollen in den Kosovo? Genau, mit Auto fahren. Und wir fahren fast 2000 Kilometer. Aber wir brauchen, äh, Sicherheit, weil wenn ein Unfall passiert, wie kommen wir zurück? Ja, dafür müssen Sie Plus-Mitglied sein und dann ist ja eben halt die Frage, was ist mit diesem Auto passiert? Sagen wir in Kroatien, Kroatien, ist eine Pane. Äh, fahren die von ADAC dann uns nach Kosovo oder nach Deutschland? Ja, was haben Sie denn für eine Pane? Spielen wir das nochmal an einem Beispiel durch. Sagen wir... Was ist Ihnen denn mit dem Auto passiert? Sagen wir, äh, Reifen geplatzt und meine 20-Zoll-Felge ist kaputt. Ja, also wenn der Reifen geplatzt ist, dann kommt zum Beispiel der kroatische Automobilclub. Okay. Guckt sich das an, hilft Ihnen, wenn Sie in Adacke halten müssen. Weil Fußballclub Zagreb, die spielen in Champions League oder was für eine Club? Der kroatische Automobilclub. Okay, und dann? Dann kommt der kroatische Automobilclub, guckt sich das an, schaut aber eventuell, ne, ihren Reifen mit aufziehen kann, den Sie ja mit im Autobrit drin haben. Okay, und dann muss ich warten dort, bis Auto wieder heil ist, ja? Genau. Und welche Leistungen sind denn plus in extra Mitgliedschaft, diese VIP? Wir haben keine VIP-Mitgliedschaft, wir haben eine Plus-Mitgliedschaft. Okay. Und ich habe eine Frage, diese Leihwagen, äh, was kriege ich dann? Siehwagen. Kriege ich dann, äh, kann man dann auch suchen, weil ich wollte gerne eine Mercedes haben. Wir bekommen immer nur das Fahrzeug, was in Ihrem Verhältnis steht. Das heißt, weil Sie erhalten immer das, mit dem Sie auch unterwegs sind. Ja, schade, ich dachte, ich kann ein bisschen angeben, meine Heimat. Also heißt, wenn ich ein Mercedes anmelde, kriege ich auch mit Wagen ein Mercedes-AMG, ja? Das kommt drauf an, was die Autovermietung da in der Nähe dann zur Verfügung hat, ne? Also alles zusammen kostet 94 Euro, ja? Wir sind Mitglied bei uns und die Mitgliedschaft kostet einmal im Jahr 94 Euro. Aber das ist super Angebot, halt. Na, wir kommen doch rum, dann freuen wir uns, wenn wir Sie als Mitglied haben. Mit morgen. Montag wieder. Äh, Montag. Äh, Afram, nur 94 Euro, alles umsonst. Kann man auch zweimal nehmen? Äh, kann man, ist das für eine Person oder zwei Personen? Nein, das ist eine. Eine Mitgliedschaft für eine Person. Ist auch nur ein Auto oder alle dann egal? Nein, Sie sind bei uns als Person verwittert, egal mit welchem Auto Sie fahren. Ah, Afram, das ist egal, wer fährt. Ja, wenn ein Auto kaputt geht, wer macht dann Heile? Die Werkstatt, Werkstatt, das bezahlt alles. Ihr bezahlt keine Ersatzteile. Meine Mercedes hat eine Beule hinten links. Ich würde das Gespräch dann jetzt hiermit auch gerne beenden, wünsche ich Ihnen alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Tschüss, danke schön. Freunde, das war's für ein Video und lasst ein Like da. Einen Kommentar, oder? Und vergesst nicht, teilen und Freunde, die Glocke aktivieren, ganz wichtig. Dankeschön. Das war's für ein Video. Bis zum nächsten Mal. Peace.